Lieblingsfarbe Hellblau Lieblingsgetränk Bier Lieblingsessen Sauerbraten Lieblingslied Oh, Lieblingslied Ich hab kein... Ich hör neue Musik Alles was so aktuell ist, aber Lieblingslied hab ich nicht Lieblingsfilm Einer Flock über das Kokosnest Lieblingsmitspieler Mitspieler Mörder McLeod Lieblingsgegenspieler Lieblingsgegenspieler Bernd Förster Lieblings... Trainer Jupp Heynckes Lieblingsspiel, an dem du mitgewirkt hast Aufstiegsspiel Rot-Weiß Essen 1981 gegen Karlsruhe FC und natürlich Pokalfinale und mit Gladbach 5 zu 1 gegen Real Madrid in Düsseldorf Lieblingsmoment in deiner Karriere? Lieblingsmoment war nach dem Pokalsieg auf der Tribüne zu stehen und den Pokal in den Himmel zu strecken Berliner Nachthimmel Berliner Nachthimmel, genau Mit 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 rằng